Ich hoffe, euch geht's gut. Heute stelle ich euch ein bisschen Zubehör für den Tandor vor. Dram bleiben. Hier haben wir ein tolles Zubehör für Fisch. Also einfach Bauch auf, umklappen und reinhängen, garen oder räuchern. Das hier ist für richtig saftige Hähnchen. Komplette Hähnchen. Einfach aufspießen. Wer kennt's nicht von diesem Hähnchengrillwagen. Aufspießen. Sicherungsbolzen. Rein. Und reinhängen. So einen richtigen Monsterhaken hier. Wenn ihr eine richtig saftige Lammkeule machen wollt, aufspießen. Rein. Dafür am besten das Ding hier. Damit natürlich der Haken in der Mitte hängt. Hier ist ein Aufsatz für den Tandor, für Kasans. Ist ein 12 Liter Kasan. Passt perfekt rein. Das Geile ist, ihr wärmt den Tandor auf. Schön mit Holz rein. Und in dem Moment könnt ihr sogar schon was zubereiten. Über das hier habe ich schon mal ein Video gemacht. Man könnte hier drei Pizzen rein machen. Oder nur eine Pizza. Was aber auch richtig gut ist, ist wenn ihr hier oben was belegt. In der Mitte was belegt. Unten eine Auffangschale rein macht. Wo natürlich alles am Ende der ganze Saft aufgefangen werden kann. Sehr gutes Potenzial. Ja, einmal ein Gusseisen. Rost. Wenn ihr zum Beispiel ein schönes, saftiges Tomahawk Steak. Gibt's auch ein Video von mir. Um ein richtiges Muster rein zu kriegen. Perfekt. Hier, da sind Haken. Für einen riesen Schweinenacken, den ihr zum Beispiel räuchern wollt. Oder auch garen lassen wollt. Aufspießen hier mit beiden. Und einhängen. Das hier ist zum Beispiel richtig gut. Für Garnelen. Weil die können sie aufspießen. Die können nicht mehr runterfallen. Und schön bis nach oben stapeln. Das hier ist zum Räuchern gedacht. Stellt ihr halt unten rein. Zündet's an. Und dann könnt ihr zum Beispiel den Fisch räuchern. Oder irgendwas anderes. Das hier ist mein absolutes Lieblingszubehör. Müsst euch vorstellen. Man macht hier richtig schön Fleisch drauf. Eingelegt ist. Hier rein macht ihr Gemüse, Kartoffeln. Was ihr auch immer möchtet. Hängt es rein in den Tandor. Der ganze Saft vom Fleisch. Tropft dann alles nach unten. Auf Gemüse, auf die Kartoffeln. Was auch immer da unten drin liegt. Perfekt. Teste ich auf jeden Fall demnächst. Das war jetzt auf die Schnelle die Erklärung. Wo findet ihr das alles? Auf ampora-tandors.com Schaut in der Videobeschreibung. Ihr könnt mit Victor10 als Gutscheincode noch 10% Rabatt bekommen. Ich weiß nicht wie lange der Gutscheincode gilt. Also schnell sein und wir sehen uns im nächsten Video. Schnell sein.